Nachdenkseiten. Die kritische Website. Phrasenwörterbuch. Heute Linksgrün. Von Tobias Riegel. Grüne Politik ist nicht links. Der Begriff Linksgrün ist irreführend und schädlich. Mit der einst negativ aufgeladenen Vokabel können inzwischen Handlungen grüner Politiker getarnt werden, die man als rechts bezeichnen muss. Die Ignoranz sozialer Nöte, die Unterwürfigkeit gegenüber US-Interessen, die Waffenlieferungen und viele weitere Aspekte. Durch die Verknüpfung destruktiver grüner Politik mit dem Attribut Links werden zusätzlich die klassischen, tatsächlich linken Inhalte in Verruf gebracht. Plötzlich auftauchende Modewörter sowie sprachliche Umdeutungen sollen in diesem Wörterbuch der Phrasendrescher in unregelmäßigen Abständen thematisiert werden. Der Begriff Linksgrün ist eine Tarnung, die zum einen den rechten Charakter grüner Politiker verdeckt und ihre Durchsetzung dadurch erleichtert. Zum anderen bringt der Ausdruck klassische linke Politik in Verruf. Auch darum wird bei der Kritik an Auswüchsen pseudolinker Identitätspolitik teils übers Ziel hinausgeschossen. Alles Linke wird dann verdammt. Dem Missverständnis folgen, zweitrangige identitätspolitische Auswüchse seien der linke Wesenskern. Andererseits wird ein Schimpfwort indirekt zum Kompliment. Ursprünglich auch ein Codewort konservativer Kreise im Kulturkampf, teilweise mit der Kombination Linksgrün versifft, ist der Begriff Linksgrün heute für die Grünen überwiegend ein unverdientes Kompliment, das ihre destruktive Politik potenziell verniedlicht. Zum Ursprung des Ausdrucks hat Michael Ebmeier 2016 in einem verlinkten Essay in der Zeit geschrieben, die Vokabel Linksgrün sei auch Ergebnis einer Vermarktung eines neuen konservativen Cool, beispielsweise durch die Journalisten Ulf Poschert und Jan Fleischhauer. Zitat Beide zeigten zum Beispiel großes Vergnügen daran, halb ernst gemeinte Provo-Parolen wie Linksgrün oder Staatsfeminismus in die öffentliche Diskussion einzufüttern und eben dort spielerisch die Überzeugung festzuklopfen, die Linke genieße bei uns kulturelle Hegemonie, sie gebe längst gesellschaftlich und politisch den Ton an und wer als eigensinniger Denker noch etwas auf sich halte, müsse sich gegen den linken Mainstream in Stellung bringen. Mit diesem anschwellenden Ideologen, im Hintergrund, ließ sich das intellektuelle Deutschland weitgehend widerstandslos durch die Jahre der Harz-Reformen und der Agenda 2010 scheuchen. Seither gilt hier sogar die Politik von Angela Merkel als Links. Zitat Ende Eine tatsächlich zu verzeichnende massive Zunahme von Pseudo-linken Floskeln im öffentlichen Diskurs erschöpft sich meist in Ablenkungsdebatten zu Identitätspolitik, Gendersprache etc. Bei den echten Themen Wirtschaftspolitik, Soziales, Krieg und Frieden etc. war die politisch-mediale Dominanz stets neoliberal und rechts im klassischen Sinn und ist es noch. Ein Bezug des Begriffs links-grün sind auch links-grüne bzw. rot-grüne Regierungskoalitionen. Allerdings wird auf den zentralen Bindestrich mittlerweile oft verzichtet. Im Gegensatz zu links-grün deutet die Beschreibung etwa einer links-grünen Koalition die Trennung zwischen links und grün wenigstens orthografisch noch an. Viele Aspekte in diesem Text können neben den Grünen auch auf den Pseudo-linken Flügel der Linkspartei bezogen werden, der die Partei an den Rand der Bedeutungslosigkeit geführt hat und einen großen Teil zur Entwertung des Begriffs links beigetragen hat. Links-grün versifft Die grüne nahe Heinrich-Böll-Stiftung brachte 2018 die Handreichung links-grün versifft heraus, die praktische Tipps sowie viele Hinweise zum weiteren Lesen, zu Expertinnen, Trainings- und Beratungsstellen enthalte. Margarete Stokowski schreibt 2019 im Spiegel In den letzten Jahren hat es sich eingebürgert, man könnte fast sagen eingereichsbürgert, dass Rechte von ihren politischen Gegnerinnen und Gegner als links-grün versifft oder rot-grün versifft sprechen. Zitat Ende Der Duden findet links-grün nicht. Die Website Bedeutung Online leitet bei der Suche nach links-grün weiter zum Suchbegriff links-grün versifft und definiert den Begriff so. Links-grün versifft wird unter anderem von politischen Konservativen und Rechten gebraucht, um politisch Linke zu diffamieren. Wenn links-grün teils eine eher negative Aufladung hat, ist das Wort links-liberal ein eher positives Pendant. Das ist inhaltlich ebenso verzerrend, denn das mit diesem Begriff beschriebene Milieu ist weder links noch ist es liberal. Der Zusatz versifft taucht nur noch selten aufgeblieben sind die inhaltlichen Verwirrungen, die der umso häufiger benutzte Begriff links-grün anrichtet. So kam beispielsweise 2020 eine Studie als Folge der falschen neuen Definition von links zu dem absurden Ergebnis, die deutschen Journalisten seien mehrheitlich zu links und würden auch dementsprechend berichten. Diesen von falschen Realitäten ausgehenden unzutreffenden Vorwurf zu links zu sein, wollte der Deutschlandfunk dann wiederum nicht auf sich sitzen lassen. Man weiß also oft gar nicht mehr, um was es eigentlich geht, wenn von links die Rede ist. Die Taz, Paradebeispiel der Pseudo-linken Praxis, sich als links zu bezeichnen, aber grüne Verarmungspolitik und Waffenlieferungen zu verteidigen, hat das ehemalige Schimpfwort schon positiv eingehegt und fordert aktuell im Zusammenhang mit der Greichen-Affäre, bildet links-grüne Banden. Und bei Amazon gibt es T-Shirts mit dem Bekenntnis, ich bin links-grün versifft. Zur zusätzlichen Verwirrung, viele Bürger, die sich eher als konservativ rechts einordnen, vertreten etwa bei der Russlandfrage momentan vernünftigere, ich würde sagen linkere Standpunkte als viele Linksliberale, die dem Sog der Militaristen folgen. Manche rechte Kritik an der grünen Politik empfinde ich andererseits als sehr unbefriedigend und sie bleibt teilweise beim zweitrangigen Kulturkampf stehen. Beim Russenhass und bei der Unterwerfung unter US-Interessen, aber auch bei der sozialen Kälte finden ja auch zahlreiche Rechte eine gemeinsame inhaltliche Basis mit grünen Kriegstreibern. Andererseits zerbrechen an diesen Fragen wiederum vorübergehende Einigkeiten, die sich während der Corona-Kampagne zwischen eigentlich gegnerischen politischen Lagern gebildet haben. Die Neurechten Pseudolinken Über das Phänomen der Neurechten Pseudolinken und die Umdeutung und Entwertung des Begriffes Links wurde etwa von Sarah Wagenknecht und anderen schon viel geschrieben. Auch die Nachdenkseiten haben sich dem Thema in zahlreichen Artikeln gewidmet. Links finden Sie unter dem Artikel. Mit der Vokabel Links-Grün, die Unvereinbares anscheinend verbindet, kann die Entwertung des Wortes Links als weitgehend abgeschlossen bezeichnet werden. Da die andere Seite mit dem Mittel der Wiederholung arbeitet, sollte immer aufs Neue festgestellt werden, dass die Politik der Grünen nicht als Links zu bezeichnen ist. Die soziale Frage und die Aufgabe der gerechten Verteilung werden weitgehend ignoriert. Eine Missachtung der ökonomischen Realitäten vieler Bürger ist zu beobachten. Eine gesellschaftliche Verarmung als Folge der eigenen Politik wurde sogar dreist angekündigt. Dieses Gerechtigkeitsvakuum wird mit Pseudolinker Identitätspolitik gefüllt, die als Ablenkung durch Erregung dient. Der von der Bundesregierung vom Zaun gebrochene Wirtschaftskrieg gegen Russland ist in seinen Auswirkungen auf Soziales, Umwelt, Wirtschaft, Klima und Frieden stramm rechts. Eine Unterwerfung gegenüber den USA und Golfmonarchien sowie Kriegsverlängerung durch Waffendieferungen sind nicht links. Eine Unterstützung der Corona-Kampagne war in keinerlei Hinsicht links und auch Klimapolitik ist ja nicht per se links. All das macht die Wortkombination links-grün zu einer permanent wiederholten Falschbehauptung. Weitere Einträge für das Wörterbuch der Phrasendrescher Wir haben kürzlich ein verlinktes Wörterbuch der Phrasendrescher gestartet. Falls unsere Leser noch Vorschläge haben, Kriterien für Einträge könnten unter anderem die plötzliche Einführung und die dann massive Nutzung eines Begriffes sein, der vorher nicht in dieser Weise etabliert war. Interessant sind auch lange eingeführte Begriffe, die nun mit einer neuen Bedeutung aufgeladen werden sollen. Rechts, links. Möglich sind auch politische Kampfbegriffe wie Verschwörungsideologisch, aber auch Ausdrücke wie Toxisch oder Divers. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.